Auf die Bühne, herzlich willkommen, Foodsharing, Friedberg-Badnauheim. Was dürfen wir unter Foodsharing verstehen? Ja, hallo, danke erstmal, dass ich da sein darf. Wir setzen uns ein gegen die Lebensmittelverschwendung. Unser Stand ist hier. Wir kooperieren mit Betrieben, die Lebensmittel, die nicht mehr verkaufbar sind, aber noch genießbar, verteilen die in Netzwerke, unter anderem an die Stadtkirche hintendran oder auch, positiv zu erwähnen, das Secondhand-Kaufhaus in Badnauheim. Wir sind im Grunde Parship für Lebensmittel. Danke. Danke, das war kurz und knackig. Also wer sich gerne was holen will, kostenlos, einfach mal kurz hier zu diesem Church-and-Chips-Truck. Was hat es eigentlich mit diesem Church-and-Chips-Truck auf sich? Aber das kommt gleich. Gut, sagen wir später was davon. Vielen, vielen Dank, Foodsharing, Friedberg-Badnauheim.